Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 103, Vers 2 und 3 da steht, Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er tut dir Gutes und er will, dass es dir gut geht. Er hat eine Lösung auch für dein Problem. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zu dem Thema, wie viel Einblick gewährst du Gott? Wenn du ein Gebetsanliegen hast, wofür wir beten sollen, dann lass es uns wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Wie viel Einblick gewährst du Gott? Du fragst dich, wo? Ich möchte zunächst mal Psalm 139, Abt Vers 23 vorlösen. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Wow, können wir das sagen? Ist das ehrlich gemeint? Durchforsche mich, oh Gott. Das heißt so, wie beim TÜV, Stück für Stück, Bremsen, Lichter, Motor, Reifenprofil und so weiter. Unser ganzes Leben erlauben wir das. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Im Herz ist das, was so richtig ehrlich ist, wie es uns wirklich geht. Prüfe meine Gedanken, meine Gefühle. An was denken wir? Ans Versagen oder ans Gewinnen, ans Siegen? Dann geht es weiter. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Das ist ein wunderbares Gebet. Sieh, ob ich in Gefahr bin. Wie oft sind wir in Gefahr, aber lassen Gott nicht zu uns durchforschen und wir rennen nach unseren Gedanken, was wir meinen, was gut ist, rennen wir in so manches Unglück oder gegen die Wand. Ich finde das Gebet gut, so richtig gut. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück. Da ist nicht nur, ich öffne mich ganz, schau mal, ob irgendwie was ist, sondern, wenn was ist, dann mach es wieder ganz. So einen wunderbaren Gott haben wir. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass jeder, der dieses Gebet betet, Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns durchforscht, Herr, dass du unsere Gedanken, Herr, Herr, siehst und danke, Herr, lass uns wirklich Gedanken des Sieges und Herr, des Erfolges und der Heilung haben und Herr, nicht Gedanken des Untergangs. Ich danke dir dafür und, Herr, dort, wo es irgendwo mangelt, Herr, ich danke dir, lass uns auch da wirklich beten. Sieh, ob ich in Gefahr bin, ob ich untreu dir geworden bin, Herr. Hol mich zurück, Herr. Jeder, der das ehrlich betet, danke, dass es erfahren wird. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns per WhatsApp, bitte betet für die Heilung meiner Augen, ich habe grünen Star. Und wir wollen für alle beten, die Probleme mit den Augen haben. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Person kennst, die diesen grünen Star hat. Und ich danke dir, dass du sie berührst, dass du diese Augen wieder vollkommen herstellst, dass diese Krankheit verschwinden muss und besiegt ist im Namen Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen berührst, der jetzt Probleme mit den Augen hat. Danke, Jesus, egal, was die Ursache ist, egal, was es ist, du kannst heilen. Und wir vertrauen dir, Jesus, dass du diese Menschen berührst, dass diese Augen wieder ihre vollkommene Sehkraft wieder erhalten. Danke, Jesus, dass du die Ursache beseitigst und dass du mit diesen Personen bist und ganz besonders mit dieser Frau hier, die geschrieben hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen. Sehr geehrte Damen und Herren, Anfang des Jahres habe ich mich für die im Herbst stattfindende Israelreise interessiert und von ihnen Informationsmaterial bekommen. Leider kann ich daran nicht teilnehmen, weil ich Mitte April mit mir einen Lendenwirbelbruch in Folge Osteoporose zugezogen habe und mich seither nur noch mit einem Rollator und einem Rollstuhl fortbewegen kann. Trotz Schmerzmedikamente und Infusionen gibt es keine Besserung und ich bin zum Pflegefall geworden. Nun habe ich im Internet die Predigt von Frau Müller angehört. Das Thema, bei Gott ist nichts unmöglich. Bitte um Gebetsunterstützung und danke im Voraus. Ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Und deshalb beten wir und ergreife die Hoffnung, bei Gott ist nichts unmöglich. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der hier geschrieben hat. Und wo man so viel Verzweiflung heraushört. Und danke, Jesus, dass du ihn berührst, dass du seine Knochen heilst, dass du diese Osteoporose auch besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und dass du ihn berührst, dass diese Wirbel und diese Knochen wieder zusammenwachsen und heil werden in die göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du diesen Mann berührst, dass er von diesem Pflegefall wieder wegkommt. Und ich danke dir, dass du Macht und Kraft hast, das zu tun. Und wir vertrauen dir, Herr Jesus. Und wir ergreifen diese Hoffnung, die dein Wort uns gibt. Und wir danken dir, dass du diesen Mann berührst und dass er wirklich heil sein darf in deinen Wunden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und schreibe uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns seine Sorgen um seinen Sohn. Bitte um Gebet für meinen erwachsenen Sohn, der eine Sprachstörung hat und stottert. Wir haben schon alles versucht. Auch Sprachtherapie war nur bedingt besser. Danach wieder schlechter. Würden uns freuen, wenn er fließend sprechen würde. Danke, Herr, du kennst diesen Sohn. Und, Herr, du weißt auch, wo es fehlt, wo repariert werden muss. Und ich danke dir dafür, Herr. Durchströme du das ganze Sprachzentrum im Kopf, Herr. Herr, mit deiner Heilungskraft. Herr, lass da Frieden. Lass da Ruhe hineinkommen. Und, Herr, ich danke dir dafür und eine Entspanntheit. Und ich danke dir, Herr, dass dieser Sohn, Herr, wieder ganz oder überhaupt ganz normal reden kann. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Und danke, Herr, dass wir glauben dürfen, dass das geschieht. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Im nächsten Anliegen geht es um ein Ehepaar. Und da schreibt uns die Frau, Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte um Gebet. Ich habe Krebs, laut Ärzte nicht mehr heilbar und bekomme Bestrahlungen. Aber danke, dass ich in Jesu Wunden geheilt bin und dass das Wunder sichtbar wird. Und mein Mann hat zu nichts mehr Lust. Er steht morgens nicht mehr auf und an allem hat er was auszusetzen. Wir haben einen Betrieb und den fährt er regelrecht gegen die Wand. Unser Sohn ist im ersten Lehrjahr und will den Betrieb weitermachen. Er hat viel Freude daran und auch die Gabe dafür. Er hilft mit, wo er kann und versteht das Leben nicht mehr, was hier abgeht. Ja, der totale Durcheinander. Wir wollen beten, dass da auch wieder Ordnung reinkommt. Herr, ich danke dir dafür. Herr, du siehst jetzt die ganze Situation und die Verzweiflung. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass du diesen beiden Menschen begegnest und Herr, dass der Sohn ein Segen ist, Herr, auch für die Firma. Ich danke dir dafür, Herr, dass diesen Mann, Herr, dass er wieder Freude an der ganzen Sache gewinnt und auch die Perspektive mit dem Sohn sieht und dass er weise Entscheidungen trifft, auch im Betrieb. Und ich danke dir dafür, Herr, auch für die unheilbare Krankheit Krebs von dieser Frau. Ich danke dir, die sich obendrein noch so viele Sorgen macht. Ich danke dir dafür, Herr, dass sie alles abwerfen darf. Bei dir, Herr, die Last, die Krankheit, alles abwerfen darf und dass du der Herr bist, der Heiler bist. Ehre sei deinem Namen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und eine Frau schreibt uns, wie wunderbar, wenn man wieder schlafen kann und keine Schmerzen mehr hat. Danke für die Gebete gegen meine Knieschmerzen. Sie sind erheblich besser geworden und ich kann auch nachts wieder durchschlafen. Das ist doch wunderbar. Und immer wieder befreit Gott von Süchten, wie auch dieser Mann bezeugt. Ich hatte an das Missionswerk geschrieben und um Gebet für meine Pornosucht gebeten. Gott schenkte mir eine christliche Selbsthilfegruppe und ich konnte mehrere Sperren im Smartphone und Laptop einbauen. Ich habe kein Verlangen mehr danach. Danke, Jesus. Wie wunderbar, wenn Gott befreit. Und Neues ist geworden, schreibt ein Mann aus der Schweiz. Neues ist geworden. Ein gesunder Junge wurde geboren. Ihr habt für die Hausgeburt gebetet und alles ist gut gegangen. Die Eltern und wir haben große Freude und sind dankbar über all dem Wunder. Auch meine Herzrhythmusstörungen haben sich beruhigt und das Einschlafen geht viel besser. Ich fühle mich gut. Wir sind so dankbar für eure Gebete und danken Jesus für all sein Wirken. Ja, das ist wunderbar. Und Gott heilt Ehen. Eine Frau schreibt uns, mein Mann ist wieder zurückgekehrt. Uns geht es als Ehepaar und als Familie viel besser. Es ist ein Wunder. Tausend Dank fürs Beten. Ja, und Gott tut Wunder. Und Gott greift auch oft ein in Ehen, weil er möchte, dass eine Ehe funktioniert. Ja, das ist wieder der Beweis. Wenn wir meinen, alles ist vorbei, nichts geht mehr, keine Hilfe mehr, bei Gott ist nichts unmöglich. Hast auch du das erlebt? Dann lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp des Tages. Da möchte ich drauf lenken. Durchforsche du mein Herz, meine Gedanken. Nimm dir ein bisschen Zeit gleich nach dieser Sendung und geh ins Gebet und sage zu deinem Herrn. Durchforsche du mein Herz, meine Gedanken, was er findet. Lass es zu, dass er sagt, das und jenes. Ändere dich dort, ändere dich da. Und du wirst näher zu Gott kommen. Ja, und beten funktioniert. Und wenn du ein Anliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Lass auch gerne andere wissen, dass diese Sendung immer auf YouTube, auch im Nachhinein, noch mal zu sehen ist. Und hast du uns noch nicht abonniert bei YouTube, dann abonniere, dass dir nichts verloren geht, dass du jedes Mal informiert wirst, wenn wir was Neues für dich haben. Und nun verabschieden wir uns wieder und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schick uns dein Gebetsanliegen auf